Heute ist in der Tat ein historischer Moment, weil wir zum ersten Mal in der Geschichte von Kukla rosé-goldene Clips haben für euch. Und zwar nicht nur die Clips, sondern auch den Doppelclip in rosé-gold und auch in Gold. Wir sind mega stolz drauf, das sind die Farben, eure Lieblingsfarben, in denen wir jetzt rosé-goldene und goldene Clips anbieten, und zwar schwarz, hell, grau und dunkelgrau. Und was ich euch erzählen möchte ist, das sind echt vergoldene und echt rosé-vergoldene Clips. Rosé-gold entsteht durch die Zugabe von Kupfer und wir haben tatsächlich ein Jahr lang mit dem Produktionsbetrieb in Deutschland diese Clips entwickelt, die sie exklusiv für uns gebaut haben und Gestelle dafür gebaut haben. Wir hoffen, ihr habt viel Freude mit den Clips. Ich glaube, es ist ziemlich cool, wenn man rosé-goldenen Schmuck hat, Ohrringe oder das Ganze in Gold, Armbänder oder Ketten, kann man da ein bisschen mehr variieren, ab sofort für euch zu haben. Wir freuen uns auf euer Feedback. Grad im 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 im